Drak ist wieder da. Um mit einer Figur zu reden, klicken Sie sie mit der linken Maustaste an. Seid mir willkommen. Ich freue mich wirklich, euch nach all diesen Jahren wiederzusehen. Ich habe die traurige Nachricht über eure Eltern gehört. Ich hoffe sehr, ihr findet den Täter, der sie auf eine so feige Weise umgebracht hat. Seit eurer Abreise ist hier alles noch schlimmer geworden. Drak's Armeen terrorisieren die Leute mit ihren brutalen Überfällen. Und niemand im ganzen Land fühlt sich hier noch sicher. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Aber ich verschwende eure Zeit. Wenn ihr wollt, kann euch mein nichtsnutziger Kollege ein wenig herumführen. Ihr werdet merken, dass sich hier einiges verändert hat seit eurer Kindheit. Wenn ihr hin und wieder Informationen braucht, kommt ruhig vorbei und fragt mich. Es wird mir ein Vergnügen sein, euch zu helfen. Ich bin immer noch sehr stolz darauf, unter eurem Vater gedient zu haben. Folgt mir. Ich führe euch ein wenig durch unser Dorf. Das hier ist der Laden von Gunther, unserem Schmied. Hier verkauft ihr die Ausrüstungen, die ihr hinten in der Schmiede herstellt. Und er kauft auch eure... Kommt rein, kommt rein. Hier findet ihr nur die allerfeinsten Ausrüstungsgegenstände, die allerbesten Waffen und vieles mehr. Eure Gegner werden sich wundern. Und das alles für die niedrigsten Preise, die der Markt hergibt. Und das alles für die niedrigsten Waffen und vieles mehr. Kommt rein, kommt rein. Gunther ist ein guter Schmied. Aber er ist auch ein harter Geschäftsmann. Um mit ihm gut zu verhandeln, braucht ihr eine gewisse kaufmännische Begabung. In Ordnung. Jetzt kommt weiter. Ich stelle euch jetzt Madame Irma vor. Irma heilt alle, die zu ihr kommen, völlig umsonst. Sie weiß auch, wie man Flüche von bestimmten Gegenständen nimmt. Aber das kostet eine Menge Geld. Geht und besucht sie mal. Ich warte hier so lange. Heilung und Neutralisierung, weiße und schwarze Magie. Irma steht euch zu Diensten. Ich kann keine böse Präsenz in eurer Ausrüstung spüren. Kommt bitte nur wieder, wenn ihr wirklich ein Problem habt. Irma hasst es, wegen nichts und wieder nichts gestört zu werden. Die gute Madame Irma. Was würden wir ohne sie anfangen? Folgt mir. Da gibt es noch jemanden, den ich euch vorstellen möchte. Das hier ist Perrys Kneipe. Hier findet ihr alles, was ihr braucht, um während eurer Abenteurer bei Kräften zu bleiben. Perry vermietet auch Zimmer an Abenteurer. Geht und redet mit Perry. Ich warte hier. Kommt rein, kommt nur rein. Alles hier drin wird einzig zu dem Zweck ersonnen, müden Kriegern etwas Komfort zu bieten. Lasst euch verwöhnen. Kommt rein, kommt nur rein. Die meisten Abenteurer vergessen, dass sie ja auch Nahrung zu sich nehmen müssen. Wenn ihr im Laufe eurer Abenteuer eine Menge Geld finden solltet, wäre es besser, es zur Bank zu bringen. Das hier ist unser Bankier. Ihr könnt ihm vertrauen. Larsak ist noch nie mit dem Geld durchgebrannt. Kommt wieder zu mir, nachdem er sich in der Bank gebraucht hat. Guten Morgen. Freunde sind hier immer willkommen. Hier könnt ihr euer Geld sinnvoll investieren. Wir haben die nötige Erfahrung. Und wir garantieren, dass eure Investition reiche Früchte tragen wird. Darf ich fragen, welche Summe ihr einzahlen wollt? Darf ich fragen, welche Summe ihr einzahlen wollt? In unserem Magie-Laden findet ihr alles, was mit Magie zu tun hat. Schriftrollen, Zauberbücher, Tränke und so weiter. Meister Elmerik kann auch den Mana-Vorrat gewisser Gegenstände wieder aufladen. Jeder Zauberer, der etwas auf sich hält, sollte Elmeriks Laden kennen. Geht und besucht ihn. Guten Tag, euer Ehren. Immer herein. Hier findet ihr Tränke, Zaubersprüche und okkulte Kräfte. Trefft eure Wahl. Wir haben auch eine Schule, wo ihr lernen könnt, richtig zu zaubern. Aber darüber... Meister Dalsin weiß alles über alles. Er kann euch helfen, eure Fertigkeiten auf den verschiedensten Gebieten zu verbessern. Jeder Abenteurer sollte ihn kennen. Geht und besucht ihn. Ich warte hier auf euch. Ich kann euch in den folgenden Disziplinen unterweisen. Glückwunsch. Ihr habt eure Lektionen gut gelernt und seid eine Stufe aufgestiegen. Wundert euch nicht, wenn Dalsin euch manchmal nichts mehr beibringen mag. Auf jede Lektion muss erst einmal eine Zeit der praktischen Anwendung folgen. Geht einfach wieder zu ihm, nachdem ihr ein bisschen geübt und Erfahrungen gesammelt habt. Äh, wo war ich doch gleich? Ah ja, folgt mir. Das hier ist die Schule, von der ich euch erzählt habe. Wir sind sehr stolz auf dieses Ausbildungslager, in dem neue Rekruten erstmal gefahrlos trainieren können. Und es lohnt sich auf jeden Fall, erst ein wenig zu üben, bevor man Drax-Kreaturen gegenüber tritt. Hier lernt ihr die Grundlagen des Umgangs mit Waffen und Magie. Kommt danach wieder bei mir vorbei. Ich bleibe hier und warte auf euch. Willkommen im Trainingslager. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten im Bogen schießen, im... Aber denkt daran, alles muss wieder aufgeräumt sein, bevor ihr rausgeht. Willkommen in der Magie-Übungsbahn. Mit diesem Stab hier könnt ihr Feuerbälle werfen. Na los! Bringt zur Übung... Um mit Feuerbällen um euch zu werfen, nehmt diesen Zauberstab und klickt mit der rechten Maustaste auf das Monster. Um mit Feuerbälle um euch zu werfen, nehmt diesen Zauberstab. Um mit Feuerbälle um euch zu werfen, nehmt diesen Zauberstab. Um mit Feuerbälle um euch zu werfen. J Super! Willkommen in Willkommen auf der Schießbahn. Wählt eine Waffe und versucht, die Zähle zu treffen. Um Pfeile zu verschießen, braucht ihr einen solchen Bogen. Haltet die Shift-Taste gedrückt und klickt das Ziel an. Und mit einem Messer zu werfen, braucht ihr so eines hier. Haltet die Shift-Taste gedrückt und klickt das Ziel an. Um eine Axt zu werfen, braucht ihr so eine hier. Haltet die Shift-Taste gedrückt und klickt das Ziel an. Nehmt dieses Zwei-Hänterschwert in beide Hände und dann drauf auf diese ekligen Trölle. Nehmt dieses Schwert fest in die Hand und dann drauf auf diese ekligen Trölle. Zwei-Hänterschwert in beide Hände und dann drauf auf diese ekligen Trölle. Das war's. Hier endet unser Rundgang. Ich empfehle euch dringend, noch einmal rumzugehen und ein wenig mit den Dorfbewohnern zu reden. Sobald ihr genug erfahren habt, geht und erforscht die Welt um uns herum. Viel Glück! Und wenn ihr noch einen weiteren Rundgang wünscht, kommt einfach wieder bei mir vorbei. Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch alle Ladenbesitzer im Dorf vorstellen. In der letzten Nacht wurde ein Kloster, dessen Bewohner ihr Leben der Göttin Kalibar geweiht hat, keine Überlebenden. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass es das Werk eines riesigen Drachens war. Alle Indizien bei diesem jüngsten Zwischenfall weisen auf Drakin, einen Totenbeschwörer, der dafür berüchtigt ist, dass er sich in einen Riesendrachen verwandeln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Spiel gespeichert Mika, die Hexe, hat unsere Frauen zu Stein verwandelt Als Strafe, weil sie schöner waren als Mika selber Ihre magischen Kräfte sind zu groß Die Statue einer Frau Mika, die Hexe Ich bekomme Hunger Mika, die Hexe Mika, die Hexe Mika, die Hexe Wenn ihr gekommen seid, um mich zu bitten Und die Frauen im Dorf von meinem Zauber zu befreien Da müsstet ihr mir schon meine Jugend und Schönheit wiedergeben Damit ich meine Meinung ändere Mika, die Hexe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr habt einen neuen Zauberspruch erlernt ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bekomme Hunger! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020